Herzlich Willkommen, mein Name ist Stefan Landmann. Wir kennen uns von der letzten Folge How to Drift und heute im Part 2 wollen wir euch zeigen, wie der Drift mit einem Allradfahrzeug als auch mit einem hinterradgetriebenen Fahrzeug funktioniert. Jetzt würde ich sagen, lasst uns keine Zeit verschwenden, auf geht's, einsteigen und losfahren. Wichtig ist der Knopf ganz vorne links, das ist das DSC, dynamische Stabilitätskontrolle. Diesen Knopf müsst ihr 3 bis 4 Sekunden gedrückt halten, dann seht ihr im Display DSC aufstehen. Anschließend mittels Touch geht ihr auf das Thema MX-Pref konfigurieren, Gang einlegen, manuellen Modus aktivieren und losfahren. Wir sind jetzt unterwegs mit dem Hinterradantrieb, bezogen auf die Fahrtechnik einfach langsam zur Kurve zufahren, wieder nach innen lenken und jetzt mittels Gasstoß das Auto quer bekommen. Ihr habt es gesehen von der Fahrtechnik her, ich muss ganz schnell reagieren, was die Lenkung mit angeht, schnell gegensteuern und vor allem das Gegenlenken auch dauerhaft halten. Ich versuche jetzt an der Lenkung nur noch minimale Korrekturen auszuüben, mehr oder weniger den Drift nur mit dem Gasfuß steuern. Das heißt, wenn ich mehr Gas gebe, dreht sich das Heck mehr nach außen. Wenn ich ein bisschen weniger Gas gebe, dann geht das Heck wieder in die neutrale Phase sozusagen. Das heißt, wir haben ein bisschen weniger Querfahrt. Und eben von der Blickführung her, hier bei uns einfach von Belohn zu Belohn schauen. Wenn ihr jetzt keine Belohnen habt, oft habt ihr keine Belohnen. Einfach wichtig, versuche immer da hinzusehen, sich so einen virtuellen Kreis oder Halbkreis vorzustellen. Weil, wo man hin sieht, da fährt man meistens auch hin. Und so wäre dann der Idealzustand. Das heißt, ich versuche immer eine konstante Gasstellung zu halten. An der Lenkung auch möglichst wenig tun, wenig Hecktisch vor allem. Und dann kann man wirklich schön so seine Kreise ziehen. Und natürlich hier in diesem M8 Compi-Tisch macht es ja umso mehr Spaß. Natürlich habe ich die Gaskinnlinie im Sport Plus, damit es auch schön laut ist von außen. Und natürlich mehr Emotionen weckt, auch für den Fahrer. Jawohl. Schaut ganz gut aus, oder? Das kann man so lange machen, bis jemand schwindelig wird. Ich glaube, lange kann ich das nicht mehr machen. Dann wird man nämlich selber schwindelig von meinem eigenen Fahrstil. Und beim Ausleiten vom Drift einfach dann den Fuß vom Gas nehmen. Schnell wieder zurücklenken. Erinnert euch, wir haben ja sehr, sehr viel gegengelenkt. Schnell wieder zurücklenken. Und von der Blickführung her immer da hinsehen, wo ihr hinfahren wollt. So, beim Allradriffen versuchen wir es jetzt einmal so zu machen, wie die Rallyefahrer. Das heißt, wir stellen das Auto vor der Kurve an. Ich fahre spitz jetzt in die Kurve hinein, lenke einmal kurz nach außen und dann voll nach innen und gehe gleichzeitig aufs Gas. Jetzt spüre ich, das Auto kommt gleich quer. Im ersten Moment versuche ich gegenzusteuern und jetzt schaut es mir auf meine Lenkung. Das ist der große Unterschied beim Allradriffen. Man lenkt tendenziell in die Kurve hinein, versucht die Räder auch gerade zu lassen. Wenn ihr das Gefühl habt, das Heck kommt zu quer, dann kann es auch sein, dass ihr ganz leicht, so wie jetzt, schaut es mir her, gegensteuern müsst. Und ihr seht es bestimmt an meinem Gesichtsausdruck, es erfordert schon ein bisschen mehr, weil auch natürlich die Geschwindigkeit jetzt hier mitspielt. Beim Allradriffen wird man auch immer schneller, aber es macht natürlich mega Laune, hier mit diesem M8 Competition im Kreis zu fahren, 625 PS, MX Drive System. Und schaut es mir her, das funktioniert relativ easy, wenn man mal drinnen ist im Drift. Jetzt versuchen wir mehr oder weniger eine konstante Gasstellung zu halten, auch von der Lenkung her konstant zu bleiben. Jawohl. Mega, ja, macht echt Spaß und ich bin jetzt ein bisschen fasziniert, dass das so einfach geht, unter Anführungszeichen, dass der MX Drive den Drift so perfekt zulässt. Wie ihr seht, das Allradriften erfordert etwas an Übung. Ich mache das hier und heute jetzt zum ersten Mal. Nee, Spaß beiseite. Ich habe mich natürlich auch vorbereitet. Das heißt, gebt euch die Zeit, nehmt euch die Zeit und wir würden es auch nur empfehlen, auf einer abgesperrten Strecke zu machen, so wie hier in Maisach. Wenn ihr sowas nicht habt, dann kommt gerne zu uns zur BMW Driving Experience. Wir machen Allradriften in Sölden am Gletscher auf 3000 Meter und da hat man eben seinen Spaß, sein schönes Auto und eben diese abgesperrte Fläche. Was für ein super Tag. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge How to Drift wieder einschalten würdet. Da wollen wir dann das Thema Driftkombinationen gemeinsam mit angehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.